Der spirituelle Name Chitramaya. Chitramaya ist ein spirituelle Name für Aspirantinnen mit Gayatri Mantra. Chitra heißt Licht, Strahlen, Leuchten und Maya heißt Gemacht aus. Chitramaya heißt diejenige, die aus Licht gemacht ist. Wenn du den Namen Chitramaya hast, dann soll es heißen, du bist dir bewusst, du bist aus Licht gemacht. Du hast deinen Körper, du hast eine Psyche, aber das sind nur begrenzende Attribute. In Wahrheit, du bist Chitramaya, du bist aus Licht gemacht. Von der tieferen Ebene bist du Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Aber selbst jenseits von dem ursprünglichen Licht bist du Satchitananda. Und in diesem Sinne gilt es auch zu erkennen, deine wahre Natur ist das Ewige, das Unendliche, das Absolute. Du bist Chitramaya, letztlich gemacht aus Licht. Es mag an der Oberfläche des Deskneines Geistes auch mal die Dunkelheit von Depressionen geben. Es mag die Unruhe geben des Geistes. Es mag verschiedene Höhen und Tiefen geben. Aber sei dir bewusst, in Wahrheit, was auch immer geschieht, letztlich bist du gemacht aus Licht. Und du weißt, auch das ganze Universum besteht letztlich aus Licht. So wie das Gayatri Mantra ja heißt, oh göttliches Licht, du hast die physische Welt, die astrale Welt und die kausale Welt aus deinem Licht gemacht. Bitte erleuchte auch mein Verständnis, sodass ich die höchste Wahrheit erfahre. In diesem Sinne sei dir bewusst, du bist das Unendliche und das Ewige. Und das Unendliche und Ewige hat aus seinem Licht die Welt gemacht. Daher sieh auch in allem, was dort ist, letztlich die göttliche Kraft wirken. Sieh das göttliche Licht wirken. Blicke hinter die offensichtlichen Dinge, erfahre das Unendliche und Ewige. Und das Unendliche und Ewige.